Was ist Treppenbau-Platt? Treppenbau-Platt ist ein mittlerweile in der zweiten Generation geführtes Familienunternehmen. Mit ca. 50 Mitarbeitern produzieren wir hier am Startort Wismar hochwertige Treppenanlagen für den gesamten norddeutschen Bereich und wir haben neben dem Hauptsitz hier in Wismar auch noch eine große Ausstellung in Hamburg und wir können an beiden Ausstellungsstandorten den Kunden individuell beraten und auch jeden Treppenwunsch erfüllen. Wir produzieren hier im Hause die gesamte Bandbreite an Treppen selbst mit dem modernsten Maschinenpark. Gerade im Treppenbau hat sich die Entwicklung der letzten Jahre dahingehend gezeigt, dass jede Treppe individuell wird, anspruchsvoller wird. Die Bandbreite der Möglichkeiten ist enorm gewachsen und wir als Treppenbauer verstehen uns da schon oft mehr als Problemlöser und stellen uns der Herausforderung vom Kunden. Wir können die individuellsten Sachen machen, welche vor 5, 6 Jahren gar nicht möglich wären. Wir nehmen uns für jeden Kunden ausreichend Zeit, um mit ihm auch die ganzen Details der Treppe zu besprechen, um da verschiedene Holzarten mal durchzugehen, um auch anhand seines Grundrisses die beste Lösung der Treppenvariante zu erarbeiten. Das heißt, im Vorfeld, bevor überhaupt das Haus schon steht, haben wir die Möglichkeit, dem Kunden schon mal grafisch alles 3D darzustellen und auf jeden einzelnen Wunsch des Kunden einzugehen. Qualität ist uns selbstverständlich wichtig. Jede Treppenanlage, die das Werk verlässt, wird von mehreren Mitarbeitern geprüft, kontrolliert und vor allem auch dokumentiert. Das heißt, jedes einzelne Treppenteil wird von mehreren Leuten begutachtet und auch erst dann abschließend freigegeben. Also eine gute Treppe herzustellen, erfordert natürlich neben Know-how, langjährige Erfahrung und vor allem auch geschulte und motivierte Mitarbeiter. Und ich bin mir sicher, dass wir dieses leisten können.